Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Hüttenkäsenockerl. Als eine herrliche und lockere Vorspeise- oder Suppeneinlage sind die Hüttenkäsenockerl ein richtiger Gaumenschmaus. In Kombination mit brauner Butter und frischem, knackigem Salat stiehlt diese Zubereitung so manch anderen Vorspeisen die Show. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Halbe Kilogramm frisches, selbstgebackenes oder vom Bäcker besorgtes Toastbrot entrindet. Viertel Kilogramm Hüttenkäse Cottage Cheese Vier Eigelbe Zwei Esslöffel Butter 125 Milliliter zimmerwarme Vollmilch BD-Frische, glatte Petersilie Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle Frisch geriebene oder notfalls bereits gemahlene Muskatnuss Frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer Weitere Zutaten BD-Frische, glatte Petersilie 6 Esslöffel braune Butter Wasser zum Dämpfen Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage, Schüssel, Schneebesen, Messer, Schneidebrett, Butterpfännchen, zwei Esslöffel, elektrischer Dampfgarer oder Topf mit Dampfeinsatz aus Bambus sehr günstig im Asia-Shop erhältlich. Zubereitung Das Toastbrot enterenden und klein würfeln Die Butter in einem Butterpfännchen zerlassen und in der Zwischenzeit die Eidotter mit der Milch verquillen. Das Toastbrot mit Milcheiermischung, dem Hüttenkäse, Cottage Cheese, der Butter und der Petersilie vermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Den Teig etwa 10 Minuten rasten lassen. Danach mit 2 Esslöffeln Nockerl aus der Masse formen und in einem Dampfgarer etwa 5 Minuten dünsten. Die Nockerl auf vorgewärmten Tellern anrichten, mit brauner Butter übergießen und mit Petersilie garniert servieren. Pikant Ein guter, klassischer Zweigelt. Süß, ohne Petersilie zubereitet. Kaffee, Tee, heißer Kakao, Vollmilch, Vanillemilch oder Honigmilch. Pikant Eisbergsalat, Feldsalat, gemischter Salat, insalater Mister oder Kopfsalat. Süß, ohne Petersilie zubereitet. Zwetschgenröster, Zwetschgenkompott, Apfelmus, Kompott oder Preiselbeerkompott. Vanillesoße oder Vanilleeis, Vanillesahne oder Schlagobers. Pikant Gemüsebrühe, Rinderbrühe, Hühnerbrühe, Kalbsbrühe, Würfelbrühe oder Suppen bzw. Eintöpfen. Herrlich schmecken sie auch als Beilage zu Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüsegerichten. Süß, ohne Petersilie zubereitet. Kaffee, 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 K